Hallo Weißenfels, ich grüße euch aus dem Mansfelder Land und wünsche euch zum Sachsen-Anhalt-Tag 2010 viel Erfolg, bestes Wetter und den Besuchern viel Freude. Mit dem Lied, wir sind aus Sachsen-Anhalt, sende ich euch einen musikalischen Gruß der Mansfeld-Ladies. Gewiss, lern bitte Menschen kennen, sag Hallo, wie geht's? Dann im Gespräch wird eine Frage oft genannt, woher man kommt, aus welchem Bundesland. Wir singen 1, 2, 3, wir sind aus Sachsen-Anhalt und grüßen unser schönes Land. Vom Harz bis in den Flemming, Zymposentäler, Bergeshöhen mit Band. Wir stoßen auf die Heimat an, mit 1, 2 und 3. Ein Hof auf Sachsen-Anhalt, woanders kann es nicht schöner sein. Ein Hof auf Sachsen-Anhalt, woanders kann es nicht schöner sein.